Hey, willkommen zum Adidas Uniforia Junior. Und zwar ist der Juniorball der Leichtball. Das heißt, es ist der Ball für die Kindermannschaften im unteren Jugendbereich. Es gibt den Ball einmal als 290 Gramm Ball in 4 und 5 und in 350 füllen wir bei. Welcher Ball für welche Altersklasse und welches Alter gedacht ist, findest du unten in der Beschreibung. Ich will mir jetzt nur den Ball mit dem ein bisschen besser genauer angucken, um dir zu erklären, was die Vorteile des Uniforia Junior sind. Der Uniforia Junior ist ein Ball, der neben dem Gewicht eine geklebte Struktur hat. Die geklebte Struktur an den einzelnen Nähten hat dabei den Vorteil, dass nahezu kein Wasser in den Ball eindringen kann. Einzig das Ventil ist noch eine Stelle, wo Wasser eindringen könnte. Ansonsten kann kaum Wasser in den Ball eindringen, was dafür sorgt, dass der Ball eine sehr lange Haltbarkeit hat. Zudem setzt der Ball natürlich auf ein Design, was gerade bei Kids besonders gefragt ist, weil es das Design ist, mit dem die Jugendlichen, mit dem halt unsere Profis spielen. Der Uniforia Junior ist von der Oberfläche her ein etwas leichterer Ball, auch was die Oberfläche angeht. Das heißt, es ist eine glatte Oberfläche und es ist keine geriffelte Oberfläche, sodass sich damit ein gutes Gesamtbild ergibt. Insgesamt ist der Adidas Uniforia ein Trainingsball und ein Spielball für den Kinderfußball im ganz klaren Rhein-Kinder-Bereich. Und welchen Ball du brauchst für deine Jugendmannschaft, findest du. Für eine A-, B- und C-Jugend ist es definitiv kein Ball dafür.